moin leute herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ihr habt euch sicherlich schon gefragt hör mal was ist denn da los montags freitags keine videos samstags ja es sieht folgendermaßen aus und zwar sind wir gerade alle hart im urlaub stress gefühlt oder arbeitsstress ich habe nämlich noch keinen urlaub aber wir machen eine pause bis september alle videos stimme voll am arsch geil alle videos die noch geplant waren kommen das sind aber noch ein oder zwei samstags videos eins müsste es jetzt sein und zwar dead island alle anderen videos sind noch ein paar quasi fertig aber wir haben gesagt wir schaffen es nicht aufzunehmen toto war im urlaub bin hier hat den job gewechselt ich habe super arbeitsstress wir kommen einfach nicht dazu das heißt wir machen eine pause bis september und ab september geht es dann wieder ganz normal los montags freitags auf jeden fall ungefiltert samstags dead island bis es fertig ist danach gibt es aber neues wir überlegen noch eine andere sache hochzuladen eine andere sache fertig zu machen eine kurze video reihe ich gehe davon aus kurz das ist von penny und mir seid da gespannt was das sein könnte und wir sind gerade auf der suche noch nach neuen spielen die wir eventuell dann zocken können anstatt dead island dann irgendwie ja mit nichts zu ersetzen quasi falls ihr da ideen habt schreibt das gerne mal unten in die kommentare auch gerne auf unserem disco vorbei link ist auch unten in der video beschreibung und ja seid gespannt habt einen schönen sommer und dann sehen wir uns frisch im september wieder bis dahin macht's gut